Kanada plant drakonische Strafen für Online-Hass-Kommentare, die kanadische Regierung plant drakonische Strafen für Online-Hassrede, um die Verbreitung von Hass und extremistischen Inhalten im Internet einzudämmen. Laut dem neuen Gesetzesentwurf könnten Personen, die Hassrede im Internet verbreiten, mit hohen Geldstrafen und sogar lebenslanger Haft bestraft werden. Darüber hinaus sollen auch Verbrechen bestraft werden können, die noch nicht begangen wurden, aber als potenzielle Bedrohung angesehen werden. Dies bedeutet, dass Personen, die extremistische Inhalte online teilen oder dazu aufrufen, auch dann bestraft werden können, wenn sie bisher keine konkreten Straftaten begangen haben. Die Regierung betont, dass solche drakonischen Maßnahmen notwendig sind, um die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten und Extremismus im Internet zu bekämpfen. Kritiker hingegen warnen vor einer Einschränkung der Meinungsfreiheit und befürchten, dass das Gesetz dazu missbraucht werden könnte, politisch unliebsame Meinungen zu unterdrücken. Es bleibt abzuwarten, ob das Gesetz tatsächlich verabschiedet wird und wie es in der Praxis umgesetzt wird. Doch eines steht fest Kanada geht entschlossen gegen Online-Hass vor und setzt dabei auf drastische Strafen, um die Verbreitung von extremistischen Inhalten im Internet einzudämmen.